In einer alten orthodoxen Kirche in Antalya hat Priester Johann Kowal einen seiner ersten Gottesdienste in der Türkei abgehalten, nachdem die russisch-orthodoxe Kirchenleitung beschlossen hatte, ihn nach einem Gebet für den Frieden in der Ukraine seines Amtes zu entheben. Der Moskauer Patriarch Kyrill hatte angeordnet, für den Sieg zu beten. Kowal widersetzte sich. Mit dem Gebet hat die Heilung schon eine propagandistische Rolle geschehen, die die правile Gedanken für die Bürgerinnen und Bürger veröffentlicht haben. Mir hat es gezeigt, dass es in meiner Meinung ist. Selbst im Exil sind die Priester nicht sicher. Pater Kordoschkin wurde zeitweise suspendiert. Die russisch-orthodoxe Kirche begründete die Repressionen als Strafe für das sogenannte politische Engagement der Priester.